Yo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Beast Inside. Ja, ich habe gerade nochmal ein bisschen rumgetestet und anscheinend war es simpler, als ich es mir wieder vorgestellt habe. Ich habe wieder zu kompliziert gedacht. So wie es aussieht, müssen wir gar nicht hier oben hin. Wo sich mir allerdings dann wieder die Frage stellt, warum hier diese Box ist und wie ich die öffnen soll zum jetzigen Zeitpunkt. Denn hier war ja noch so ein Kombinationsschloss. Aber ich glaube, da habe ich noch nicht alle Informationen für. Und vielleicht soll man hier auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hin. Denn ich habe einfach mal spaßenshalber ausprobiert, was passiert, wenn ich jetzt hier einfach mich entferne vom Ort und einfach hier rüber laufe. Und hier hat es tatsächlich dann weiter getriggert. Das heißt, ich vermute, wir kommen nochmal wieder. Ansonsten, wie gesagt, vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, das die Sache mit der Kiste da erklärt. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich da machen soll. Und warum sagt er jetzt nichts? Eben hat er noch kurz einen Satz gedroppt. Da hat er irgendwie über die Leute geredet, die hier gerade überhaupt in dem Gebiet waren. Aber, also ganz genau habe ich es jetzt auch nicht mitgekriegt. Weil ich wollte eigentlich den letzten Checkpoint laden, dass wir das nochmal gemeinsam erleben. Aber anscheinend wird das jetzt nicht mehr getriggert. Also, ja. Wenn ihr wisst, was er an diesem Zeitpunkt hier gesagt hat, teilt es mir mit. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier einfach mal durch. Elektrozaun. Ob der noch an ist, ist natürlich die andere Frage. Ich würde es jetzt nicht ausprobieren. Ich folge, denke ich mal, einfach dem Pfad. Ich bin eigentlich normalerweise, würde ich jetzt nicht, wäre es jetzt kein Let's Play, wäre ich so ein Typ, ich würde jetzt hier durch den ganzen Wald stiefeln und gucken, ob da irgendwas ist. Aber wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen, ne. Das habe ich ja in den einen oder anderen Parts schon mal gemacht. Da kam nicht viel bei rum, von daher lassen wir es einfach mal. Das hat jetzt aber schon wieder was hier, die Gegend. Da vorne war es gerade irgendwie noch so komisch grau und jetzt hier schön gesättigt mit dem Lichtschein dazu. Herrlich. Auch hier mit dem Baumstamm. Ich wünschte, ich würde mein Skyrim so hinkriegen. Irgendwie funktioniert die 2020-Mod bei mir nicht. Naja, egal. Anderes Thema. Okay, okay, dann folge ich doch einfach mal dem Weg. Und schau mal, was noch so auf uns zukommt. Ich bin am, eigentlich bin ich größtenteils am meisten gespannt, wie es mit Nicolas weitergeht, weil das ist so der Part von dem Game, der mir richtig gut gefällt. Der Teil hier, ja, hat auch was, aber... Ich würde jetzt kein Game spielen, was nur aus diesem Part hier bestehen würde. Sag ich es mal so. Ja, dann schalte ihn doch einfach hier aus. Sollte jetzt nicht so schwer sein. Hallo? Weiter nach unten kann ich die Maus nicht machen. Wie soll denn das... Warum hält das nicht? Ich kann die Maus doch nicht weiter runter machen. Diese Maussteuerung nervt irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht. Bin ich auch jetzt nicht so der größte Fan von tatsächlich. Okay, hier muss wahrscheinlich erst im... Aber warte mal. Ist der aus? Wie kann der denn an sein? Hier fehlt doch offensichtlich eine Sicherung, oder nicht? Na gut, okay. Da geht nicht mal was durch. Also macht es schon Sinn. Aber warum kann ich dich nicht einfach ausschalten? Du müsstest jetzt eigentlich ausschalten. Du willst bloß irgendwie nicht... Brauche ich noch irgendwas wahrscheinlich, ne? So einfach wird es nicht sein. Aber im Prinzip... Müsste es doch jetzt funktionieren, oder nicht? Na gut. Also ich bin kein Elektriker, ne? Aber normalerweise, wenn man so einen Schalter hier umlegt, dann sollte der eigentlich den Strom ausschalten. Aber okay. Ähm, ja, dann brauche ich wohl irgendwas... Ich würde einfach die Kabel durchknipsen, ganz ehrlich. Haben wir nicht sogar irgendwas... Wir haben doch sogar einen Bolzenschneider und sowas alles dabei. Da ist doch oben nicht mal Metall. Das könnte man theoretisch wirklich benutzen, um da einfach die Kabel durchzukatten. Aber gut. Ich lasse ihm mal... Ich lasse dem Game mal seine Illusion. Oh, ein dunkler Tunnel. Okay, der ist weniger lang, als ich dachte. Einer unten. Es gibt mehr. Okay. Das Spiel will einen also wieder so ein bisschen Hörnend herschicken. Na gut, ich spiel mit. So, das war der Rote. Wo geht der Blaue hin? Ach, dass man hier nicht rüberklettern kann. Irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwie sieht das nicht... Das sieht irgendwie seltsam aus hier, das Kabel. Findet ihr nicht? Das sieht irgendwie so... Mit richtig niedriger Auflösung. Keine Ahnung. Irgendwie so unfertig. Als wäre das nicht gewollt, dass das so aussieht. Und hier so diese einigermaßen realistische Umgebung hat. Und dann so ein Kabel. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Finde ich... Sieht ein bisschen komisch aus. Aber na gut. Da halte ich mich jetzt gar nicht so lange mit auf. Wollte gerade sagen, steht da oben jemand? Aber nein. Wo führst du mich hin? In den Wald, okay. Fehlt bloß noch der Axtmörder um die nächste Ecke. Wäre eigentlich auch mal geil. Gibt es eigentlich irgendwelche Games, die so klassisch klischeehafte Horror-Gegner oder Killer nehmen? Ich weiß, in Alan Wake wurde so ein bisschen damit gespielt. Aber so direkt gab es die tatsächlich auch nicht. Was haben wir hier? Ein paar Plastikflaschen. Schön den Müll im Wald entsorgt. Auch immer gut. Okay, da muss ich also hoch. Gut. Äh, wie mache ich das am besten? Ist hier irgendwie wieder eine Leiter, die ich benutzen kann oder so? Ich brauche doch bestimmt irgendwie den Haken wieder. Hier könnte ich mir vorstellen, dass ich einfach rüberhüpfen muss. Ich muss bloß an eine der beiden Stellen erstmal raufkommen. Ähm. Ah, okay. Ist wieder simpler als ich dachte. Man kann hier einfach hochgehen. Der zweite ist fertig. Ich glaube, es ist nur noch eine Leiter. Okay, äh, ich kann mich ja kurz nochmal umgucken, ob hier noch irgendwas ist. Sieht mir aber tatsächlich erstmal nicht danach aus. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock, den ganzen Weg zu folgen. Oh, das hier hat auch was ein bisschen, ne? Hier wäre doch so eine geile Ecke für so ein Geheimversteck. So als kleines Kiddy. Gut, vielleicht jetzt ein bisschen abgelegen im Wald, aber... Wenn es beginnt zu regnen, dann weiß ich, wo zu hide. Zumindest kein Becker würde mich aufhören. Das hat irgendwie schon was... Warte mal, haben wir hier diesen Wassereffekt, wenn ich mich da unterstelle? Nein, tatsächlich nicht. Schade. Na gut. Ich gehe mal zurück. Okay, hier können wir schon anfangen, der Grünspur zu folgen. Dann mache ich das doch einfach mal. Dafür müssen wir nach da oben. Ich vermute mal, da wird die schon enden. Irgendwie fehlen mir so ein bisschen die Gegner tatsächlich hier in der Passage. Ist zwar gut, wenn man mal so ein bisschen ruhigere Stimmung zwischendrin hat, aber... Ein bisschen mehr Action wäre auch schon gut. Also jetzt nicht direkt Action, aber... Na, ihr wisst glaube ich, was ich meine. So dieses Outlast-Feeling in der letzten Folge. Das war schon der Hammer eigentlich. Wobei, war es letzte Folge? Ich glaube, in der vorletzten, ne? Ja, vorletzte war es, glaube ich. Sagt er jetzt. Und wenn er in der Situation ist, dann denkt er sich, ah, lieber doch nicht. Hey, komm. Stell dich nicht so an. Du, ich hätte es wieder voll gegen den Kopf gekriegt gerade eigentlich. Weg mit dir. Lasche! Ab in den Wald mit dir. So. Das war das letzte Mal. Hm. Ich werde jetzt nicht elektronisch werden. Ach komm. Der kleine Sprung, als ob dir das was ausmacht. Wenn ich da runterjumpen würde, dann könnte ich es verstehen. Sterbe ich, wenn ich hier runterspringe? Oh nein. Okay. Da passiert gar nichts. Alles klar. So, dann nehme ich mal an, du bleibst jetzt unten. Warum der vorher nicht unten geblieben ist, das würde ich jetzt aber nicht dadurch erklären, dass die Dinger hier abgeschaltet sind. Also, ne? Wenn ich den runter mache, müsste er eigentlich auch da bleiben. Aber, okay, okay. Ich lasse es dem Spiel. Es muss ja irgendwo auch ein bisschen Zeit rausschinden, ne? Ist ja klar. Okay, weiter in die Richtung. Boah, der Soundtrack ballert gerade aber. Hä, muss ich nach unten? Ich glaube, ich muss nach unten, oder? Hier wird es jetzt wieder schwächer, oder? Vielleicht einfach da lang? Ich denke mal hier lang. Oh, schön gemacht, die Umgebung, auf jeden Fall. Props gehen raus an die Entwickler. Ja, da lasse ich eigentlich Fußspuren? Nein, ne? Nein. Okay, wenn man keinen Unterkörper hat, dann wundert es mich auch nicht. Warte mal, bin ich gerade... Jetzt bin ich verwirrt. Habe ich mich umgedreht? Ich wollte mich gar nicht so weit... Okay, egal. Empfindlichkeit war wohl ein bisschen hoch. Reden wir nicht drüber. Es ist nie passiert. Okay, Kapelle. Ich denke mal hier lang. Der Soundtrack, äh, der sagt mir, dass ich in der richtigen Ecke bin. Also, ja. Bestätigung ist da. Ich denke mal hier rein. Oder? Komm ich hier durch? Brauche ich erst einen Schlüssel. Ach, komm, als ob du nicht über den Stein springen kannst. Stell dich mal nicht so an, jung. Hier ist auch alles verschlossen. Dann vielleicht doch hier vorne. Hier waren auf jeden Fall die 100% schon. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die erst da drinnen irgendwas anzeigen. Oder? Ach, nee, hier vorne. Er war in diesem Geburt, aber die Tür ist jetzt gelockt. Ich fahre ihn noch mehr. Okay, vielleicht hier oben hin? Der Signal kommt aus der Tower. Okay. Far Cry lässt grüßen. Wir gehen da hoch. Hoffentlich ist diesmal hier keine Schlange. Dafür ein Vogelhäuschen. Boah, im Real Life würde ich hier nur ungern hochgehen. Sagen wir es so. Verdammt, ich bin nicht wirklich Angst vor der Höhen, aber ich hätte besser bemerkt. Woher? Da drüben ist ja noch so ein großes Ding. Komm ich hier ran? Nein. Ein Fernglas. Okay, das ist unangenehm. Ich habe sie wieder allein geblieben. Das ist sehr ekelhaft. Du kannst von hier aus einfach in dein Haus reingucken. Bah! Nur noch mit zugeschonen, äh, zogenen, äh, Schalosien. Widerlich. Okay, haben wir hier unten einen schönen Loot vielleicht noch? Mir fehlt so ein bisschen der Loot in dem Game. Aber gut, er ist halt auch kein Survival Horror, ne? Bin verwöhnt von Resident Evil. Hallo? Das geht nicht. Okay. Ich akzeptiere es einfach. Äh, ich denke mal, ich brauche den, äh, komischen Localizer. Äh, wo denn? Hier ist doch nichts. Hier ist auf jeden Fall ein Kompass, aber... ...der wird es wohl kaum auslösen. Ah, ja. Okay, Anomalien wegballern. Man kennt es. Da hat man Nummer 1. Ah, wo sind die anderen? Äh. Ist das da hinten ein Wasserfall? Ich lasse mich überhaupt nicht leicht ablenken, nein. Okay, wo ist die letzte? Zumindest hoffe ich, dass es die letzte ist. Und wo in der Luft? Da hinten. Nicht getroffen, scheiße. Wie war das? Okay, das hat mir jetzt relativ wenig gebracht. Wobei, was haben wir hier? Ich hoffe, dass ich damit die Tür zur Hütte dort unten öffnen kann. Ja, ich nehme es mal an. Das muss ich damit jetzt auch hier die Schubladen aufhören. Mal sehen, was er da hiebt. Oder verschwende ich hier gerade nur meine Zeit? Das wäre doch so ein Gegenstand. Den würde ich mir mitnehmen. Den würde ich mir in dieser Situation auf jeden Fall mitnehmen. Aber gut. Man kennt ja die Protagonisten in solchen Spielen. Die kommen natürlich nicht mal ansatzweise auf die Idee. Okay, ich glaube, wir finden hier nichts weiter. Ich gehe erst mal runter. Okidoki. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Hütte rein. Mal schauen, was da so drin ist. Der funktioniert hier gar nicht. Muss ich den da vorne benutzen? Aber eigentlich stand der Cabin drauf, also... Hätte ich jetzt eher vermutet, dass der wirklich für hier vorne ist. Aber na gut. Vielleicht kommt man ja hier drüber rein. Na, wo ist er denn? Da. Erstmal die Taste finden. Okay, da drin ist auf jeden Fall ein Brief. Ich komme bloß leider nicht rein. Komme ich hier drüber rein? Nein, ist auch alles abgeschlossen. Vielleicht muss ich einfach nach hier vorne nämlich nochmal ein bisschen umgucken. Hier ist soweit erstmal nichts. Hier ist auch alles verschlossen. Ich muss wahrscheinlich wirklich erst in die Hütte rein. Muss ich drüber klettern? Oder kann ich durchs Fenster gehen? Wahrscheinlich nicht. Mit dem Localizer mal gucken. Aber ich werde ja nicht umsonst durch die Tür geschickt worden sein. Also... Irgendwo hier muss ja noch was sein. Da oben ist auf jeden Fall eine Satellitenschüssel. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich hiermit irgendwas machen. Ich würde halt jetzt einfach durchs Fenster gehen, aber... Okay. Warum ist denn hier überall zu? Ich habe doch den Schlüssel. Das hilft mir jetzt auch wenig. Tatsächlich. Das hilft mir jetzt aber auch nicht wirklich weiter. Da wäre ich auch ohne das Teil draufgekommen. Okay, da vorne ist auf jeden Fall einfach irgend so ein Brunnen. Aber wie komme ich hier jetzt längs? Ich sehe noch irgendwo anders was. Ja, da oben. Oder? Ach nee, das ist einfach nur die... Antenne da oben. Hm. Ich könnte mich noch mal in eine andere Richtung umgucken. Okay, also ich stehe in und gebe dem Mann hell, bis er mir alles erzählt hat. Ich hoffe, dass sein Englisch besser ist als mein Russisch. Ich bin einfach nur noch mal drum rumgelaufen und dann noch mal zur Tür. Warum geht's jetzt auf einmal? Ach, wisst ihr was? Ich hinterfrag hier gar nichts mehr. Ich mache jetzt einfach. Warte. Und rein. Auf die Luke jetzt! Rein! Oh! Okay, einfach eine komplette Basis hier drin. Plus. Drei minus eins, also drei plus eins. Vier. Okay. Wofür das Ganze? Wofür das Ganze? Erstmal möchte ich mich kurz ein bisschen umgucken. Dass hier überall so leere Schubfächer sind. Okay, ich glaube, das bringt mir nicht so viel. Das ist wahrscheinlich die Basis-Tür. Aber wo kann ich die Passwort bekommen? Die Tür ist lockt. Entschuldige die Passwort. A, B, C, D. Ja gut, das bringt mich jetzt auch nicht wirklich weiter. Wir haben auf jeden Fall eine Möglichkeit schon mal. Ich lege einfach mal den Hebel um. Ah, okay. Muss ich hier irgendwie einen Beamer abspielen oder so? Lost. Ich wäre nicht so sicher. Hat er die Kopien erwähnt? Ich sollte darüber nachdenken, dass er das vorhin schon gesagt hat. Er weiß bereits mehr, als wir ihn wollten. Der Handler ist beschäftigt. Wir haben eine sehr große Konversation vor uns. Wer ist all das hinter dem? Seit wann haben sie das gemacht? Wenn sie mich aufbauen hatten, warum haben sie die Telegrams vorhin? Okay, währenddessen habe ich schon mal den Beamer gefunden. Da fehlen allerdings die Dias, ne? Nichts in hier. Ich muss den Schlag finden. Okay, da muss ich erst mal ein bisschen gucken, wo ich die finden kann. Hier ist auf jeden Fall ein Taschenmesser. Würde ich mir auch sofort einstecken, aber na gut. Meine Meinung wird hier wohl nicht gefragt. Was haben wir hier? Foto eines Autos. Er lag bereits auf der Lauer, als wir hier ankamen. Ich rotiere erst mal kurz. Ehe ich nachher wieder in den Zeilen verrutsche. Alle drei. Wusste dieser Mistkerr sogar, dass wir ein Kind erwarten? Oder es war noch jemand anderes da? Das ist natürlich so die Frage. Ein Schürhaken, auch eine potenzielle Waffe. Aber man darf ja wieder nichts mitnehmen. Ähm, gut, okay. An der Stelle würde ich aber... Hallo? Okay, dachte, da wäre was zum Kollekten. An der Stelle würde ich mal sagen, das reicht mir für diese Folge. Wir schauen uns in der nächsten Mal ein bisschen um, suchen nach den Dias und gucken, was es hier so damit auf sich hat. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.